Mit der Barclaycard Visa-Karte bekommst Du ein Feature, das in Deutschland keine andere Kreditkarte bietet. Den zinsfreien Ratenkauf. Damit bleibst Du bei einer kaputten Waschmaschine, einer teuren Autorepertur oder anderen unvorhergesehenen Ausgaben flexibler. Den Ratenkauf kannst Du ganz einfach für einzelne Umsätze in Deiner Barclaycard-App aktivieren. Unter folgenden Bedingungen kannst Du Deinen Kauf in 3 bequemen Raten ohne Zinsen bezahlen. 1. Deine Barclaycard-Kreditkarte darf nicht im Zahlungsverzug sein. 2. Der Betrag des Kaufs beträgt mindestens 95 Euro und nicht mehr als 500 Euro. 3. Die Rückzahlung erfolgt in monatlichen Raten über eine Laufzeit von 3 Monaten. Innerhalb Deines Kreditrahmens kannst Du bis zu 10 Ratenkäufe gleichzeitig einrichten und auf Wunsch jederzeit kostenlos auflösen. Auch sonst ist die Barclaycard-Visa-Karte sehr interessant. Es fallen keine Jahresgebühren an und Du kannst mit Dir weltweit kostenlos Geld abheben und bargeldlos zahlen. Lass gerne einen Daumen hoch da, wenn Dir das Video gefallen hat. Vielen Dank dafür! Vielen Dank!